Da sollte ich rum können. Hui! Okay. Aber wenn ich hier rum konnte... ...komme ich auch da unten rum. Hopp. Halt! Der war zu früh. Zu früh! Nun mach doch! Hopp! Geht doch! Mann, Mädel! Nein! Da komme ich... Wieso komme ich da nicht durch? Ach, scheiße. Ja gut, okay. An die Kiste komme ich entweder gar nicht oder später. Ich lege jetzt nicht Wert darauf, alle Schatzentruhen zu finden. Uhui! Juhu! La! Der hätte jetzt aber auch mich fast gekillt. Na, nun geh schon kaputt. Ding! Ding! 21... Ne, halt! 211.340! Oh! Ah! 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 Zur Hölle! Nein! Wuhu! Wo kommst du denn her? Ah! Ah! Gehen wir mal auf die andere Seite! Na gut! Oh! Ah! Da unten ist noch ein Schatz! Ah! Da komme ich aber nicht hin! Okay! Also nicht von der Seite! Ah! Wie mache ich das denn? Okay! Also wie ich davon komme, habe ich keine Ahnung. So, also komme ich gerade wenigstens wieder hoch. Nein! 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 Oh Gott! Hey, ich dachte... Ende, wie funktioniert das? Ah! Ah! Okay, das muss irgendwie aufgehen. Mal gucken, vielleicht finde ich noch einen Weg wie... Ah! Was ein geiler Bug! Die fallen durch den Boden? Ja, lol! Okay! Irgendwie müssen wir hier weiterkommen. Da-da-da-da-da-da! Ah, okay. Ach, Vater! Juhu! Okay. Ich komme hier schon irgendwie... Ba-ba-ba-bau! Ach, Mann! Ich verstehe das nicht. Egal. Okay, da geht's nicht durch. Oh, nein! Und nochmal die Strecke! Weil es so einen Spaß macht! Ach, Mann, ey! Verdammter! Jetzt habe ich kein Team Schlaf. Okay, hier war ich jedenfalls. Wuhu! Jetzt... Au! Ach, Skiffy... Mach mal! Und was ist... Ah! Aha! Ich versuch's einfach gar nicht mehr. Ach, nee, hier bin ich ja richtig. Hopp! Schade! Und was ist... Ich versuch's einfach... Ich versuch's! Mh... Das war näsig... Heil mich! Danke! Verdammt! Allee! Hoppa! Geht doch! Kann ich da oben lang? Hopp! Hopp! Aha! Schau mal hin, da guck. Da ist doch bestimmt irgendwas. Ey, eine Disc! Da hab ich doch schon mal eine von gefunden, oder? Das ist eine zweite dürfte ich jetzt haben. Ich glaub, davon findet man irgendwie ein paar. Hier blubbert doch irgendwo was. Oh, wer weiß. Oh! Oh! Ich hab doch gesagt, da blubbert was! Ich hab da da einen Fisch gesehen! Ich kill die erstmal, die Fischer hier. Särgermachen. Und da ist wieder ein Kumpel online. Eins. Und... Zwei. Und... Haha! Das war nichts. Ich habe einen Fisch gefunden! Ich hab zwar keine Ahnung, wozu der gut sein soll, aber... Ach nun, komm schon! So schwer kann es nicht sein, das Ding da oben zu kriegen? Leck mich doch! Okay. Ich hab auf jeden Fall irgendwas Fischiges gefunden. Weiß grad nicht so wirklich, was das bedeuten soll. Hier geht's runter. Hopp! Au! Kiss dich! Huhu! Ähm... Huhu! Geht doch! Halt! Okay. Ah, okay, das ist gut. Wäääh! Wäääh! Hey, Kidd! You gotta help us! The Squats took us by surprise, and we've taken heavy losses! And I care why? Okay. Was bist du denn für einer? Kannst du mir mal erzählen, oder gar lästige Schild an Ostern? Ah, okay. Äh, ja. Geht klar. Komm ich irgendwie anders auf die Seite? Juhu. Ach, jetzt kämpfe ich auf eurer Seite, ja? Oh, ich sehe nichts. Ja, leck mich doch! Guys, I need help! Oh, ihr seid so toll, Jungs! Hier kommt er nicht hoch. Oh. Äh, okay, Moment. Äh, Schwerter! Nein. Nein. Äh. Schwerter? Oh, das ist die Kostüme interessieren mich gerade... Ah, ha, ha, ha! Ah, 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 ha, ha! Was ist das alles? Ach so, das ist die Ausdauer und so weiter. So, was war das nochmal? Ja, ha, 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 ha! Ah, ha, ha, ha! Oh, beliebner Nachtclubs, ja, brauche ich nicht. Kampfanzug. Ja, gut, die Kostüme interessieren jetzt gerade mal nicht. Ach, ich kaufe einfach die Klingenbeine und gut ist... Oh, Errungenschaft, ich habe alle Waffen. Juhu, toll. So. Gesundheit plus 20%. Gleichgekühlt und... Es ist das günstigste, war mit 13. Ich könnte... Ah. 14. Verdammt. Ja. Gib mir ein bisschen mehr Gesundheit. Ja, 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 Spielfortsätze, danke. So. Okay, Dicker, wir versuchen es mit dir. Oh, zwei, hier. Fetch! Haha, der macht hier eindeutig mehr Schaden. Leck mich, Alter, lass mich durch. Scheiße, scheiße, scheiße. Jawohl. Du lässt mich. Ich habe einen Speicherpunkt. Okay, da muss ich hin. Hopp, hopp. Wasser. Au, heiß. Ego, willst du mich doch nicht etwa? Nein, willst du nicht. Woho. Okay. Okay, die stärkere Klinge ist doch eindeutig besser. Hallo, Mädels! Ich denke, ihr seid auf meiner Seite. Ihr könnt euch auch nicht entscheiden, wa? Auf wessen Seite ihr nun gerade steht. Ey, es ist zum Kotz mit den Männern hier. Ich denke, ihr habt einen Scheißschild. Oh, Gott, ich bin lebt.